Lange Zeit waren sie ganz verschwunden, doch nach anderthalb Jahrhunderten hat der Wolf bekanntermaßen in Deutschland wieder Einzug gefunden. Die Beziehung zwischen Mensch und Wolf war seit jeher schwierig. Dr. Thorsten Richter ist Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hildesheim und hat sich schon viel mit den wiederkehrenden Raubtieren beschäftigt. Auch in Niedersachsen waren im Jahr 2016 wieder neuen Wolfsrudel heimisch und diese sind nachts durchaus siedlungsnah unterwegs. Die von vielen Menschen immer geteilte Einschätzung, Wölfe würden Wildnis brauchen, stimmt so definitiv nicht. Wölfe sind da sehr adaptiv und können auch in Bereichen mit dem Menschen koexistieren. Man teilt sich den Lebensraum, sodass eben der Wolf seine Aktivitäten weitestgehend dann in die Dämmerung und Nachtphasen verlegt, dann aber auch durchaus Räume nutzt, die sonst tagsüber der Mensch nutzt. Mensch und Wolf im gleichen Lebensraum. Kann das denn gut gehen? Für Natur- und Artenschützer hierzulande stellt die Rückkehr der Tiere einen enormen Erfolg dar. Doch für die Nutztierhalter in Niedersachsen, insbesondere für Schäfer, können die Beutetiere zur Bedrohung werden. Denn nach der langen Abwesenheit der Wölfe fehlt es oft an notwendigen Schutzmaßnahmen. Eine einsame Viehherde wird so schnell zum gefundenen Fressen. Eine wirkungsvolle Abschreckung dafür sind Elektrozäune mit bodennahmen Abschluss, da ein Wolf über den Schmerz konditioniert werden kann. Dann kriegt er eben einen starken Stromschlag im empfindlichen Schnauzenbereich und merkt sich im besten Fall dann eben diese Kombination, dass es unerwartet und für ihn auch unverständlich sehr stark wehtut, in Kombination eben mit Schafen. Einen weiteren Schutz stellen speziell gezüchtete und trainierte Herdenschutzhunde dar. Doch diese kommen beispielsweise aus finanziellen Gründen nicht für alle Schäfer in Frage. Eine ungewöhnliche Alternative bietet nun auf den ersten Blick scheinbar harmloses Tier. Der Esel. Die Idee ist nicht neu. In Nordamerika schützen Esel bereits Schafserden vor Kojoten und senken die Zahl der Risse deutlich. Sehen sie zunächst noch so gutmütig aus? Esel haben es faustdick hinter den Ohren. Ja, Esel sind wehrhaft. Esel sind keine Fluchttiere im Gegensatz zu Pferden. Esel reagieren aggressiv auf Hunde. Und Esel sind sehr lautstark. Und die Eigenschaften in Kombination führen dazu, dass sie eine gewisse Eignung haben für den Herdenschutz. Durch ihre natürliche Aversion gegenüber hundeartigen Tieren stehen die Esel auch Wölfen feindselig gegenüber. Dabei schützen sie sich am liebsten selbst. Dann aber mit lauten Rufen und Tritten. So ein Esel stellt sich also jeder Gefahr. Der Ursprung dafür liegt in ihrer Biologie begründet, meint Dr. Thorsten Richter. Esel sind anders als Pferde Bewohner Nordafrikas und von auch felsigen Halbwüsten, wo die Flucht, die ein Pferd antritt, wenig Sinn macht, beziehungsweise gefährlicher ist, Hals über Kopf abzuhauen, als wenn man einem möglichen Fressfeind begegnet, die Situation sozusagen anzugehen und sich zu verteidigen. Und deshalb flüchten Esel nicht. Das reicht häufig schon aus, dass diese Fluchtreaktion ausbleibt, um bei einem Beutegreifer dann für Verwirrung zu sorgen. Welches Potenzial die Esel in Niedersachsen bieten, soll nun in einer Pilotstudie zusammen mit dem Land Niedersachsen und dem Umweltministerium getestet werden. Um erste Erfahrungen zu sammeln, hat die Deichschäferei Krogmann in Cuxhaven zwei Esel zur Verfügung gestellt bekommen. Eine Studentin der Universität Hildesheim begleitet den Schäfer im Rahmen ihrer Bachelorarbeit. Schon jetzt zeigt sich, dass die Esel auf dem Deich aktiv auf freilaufende Hunde losgegangen sind, mit einer stark abschreckenden Wirkung. Auch ein Wolf zieht sich oft bei einer möglichen Konfrontation schon zurück, aus Angst vor Verletzungen. Das Konfliktpotenzial momentan ist eher gering, da es ausreichend natürliche Nahrungsquellen für die Wölfe gibt. Dr. Thorsten Richter verweist jedoch darauf, dass einzelne betroffene Schäfer auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Aus meiner Sicht als Biologe, als Wissenschaftler ist es auch für den Naturschutz unverzichtbar, dass wir die Weidetierhaltung, gerade die Schafhaltung, nicht nur im Land halten können, weil die Beweidung von Offenlandflächen, von vielen Biotoptypen, die nur existent sind, weil sie beweidet werden, die müssen wir erhalten. Ansonsten verlieren wir unheimlich viele wertvolle Naturschutzgebiete, Arten, Lebensräume, die zu unserer Landschaft dazugehören. Mit dem Wolf einher geht meist eine stark emotionale Wirkung. Dr. Thorsten Richter liegt deswegen vor allem ein rationaler, vernunftbetonter Diskurs am Herzen. Man sollte den Wolf weder verniedlichen, noch Horrorszenarien beschwören. Er ist eine Wildtierart, die in unserem Land lange gefehlt hat und die aus eigener Kraft zurückgekehrt ist. Nach Dr. Thorsten Richter sind wir als Gesellschaft verpflichtet, damit umzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden. Dann ist ein friedliches Zusammenleben sogar zwischen Mensch und Wolf möglich.